Ich denke, Sie haben recht, was Direktorin Ferguson betrifft. Wenn ich Beweise finde und damit nach ganz oben gehe, würden Sie mich unterstützen? Auf alle Fälle, ja. Die Sache mit Jodie Spiteri ist Ihr Werk gewesen. Ich glaube, dass jedes Wort von B. Smith über den Angreifer wahr ist. Keine Ahnung, wieso Sie das tun. Ich weiß nur, dass Sie nicht für diesen Job taugen. Wieso, verflucht, bin ich dir nie gut genug? Sie sind krank. Ich weiß, was Sie getan haben. Sie kümmern sich um Mr. Fletcher. Und dieses Mal beenden Sie den Job. Untertitelung des ZDF für funk, 2017